Ich habe heute ein spannendes Thema für dich. Es geht um Geister und du wirst in diesem Video auch noch ein Foto von einem echten Geist sehen. Also cooler wird es nicht mehr. Dranbleiben. Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erini, Mediale Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich komme heute mit einem paranormalen Grenzbereich Thema zu dir, nämlich mit Geistern, Geisterscheinungen, Spuckgeschichten. Und ich habe beim letzten Video über das Channeln das Thema schon leicht angerissen und leite diese Woche einfach dazu über, vom Channeln, dass ich dir etwas über das Wirken von Energien einfach erzählen möchte. Und zwar gibt es ja dieses Jenseits-Channeling. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Man channelt mit Verstorbenen und lässt sich da Nachrichten übermitteln. Und das ist ja auch so ganz populär. Kommt meistens aus der britischen Tradition. Also da gibt es so verschiedene Freikirchen, die das so praktizieren. Und da gibt es auch sehr, sehr gute Medien. Also es ist jetzt einmal nichts gegen die mediale Ausbildung zu sagen. Die Frage, die ich nur in den Raum stelle, ist natürlich, was soll dir jemand, der verstorben ist, erzählen, was er dir zu Lebzeiten nicht schon erzählt hat. Also für mich stellt sich wirklich immer diese Frage, okay, wieso sollte ich jetzt einen Verstorbenen suchen oder aufsuchen? Natürlich verstehe ich es. Jeder hat Geliebte verloren. Jeder hat die liebe Oma verloren oder einen Elternteil verloren, von dem er sich vielleicht so Führung wünscht. Nur die Frage ist natürlich auch, wie lange brauche ich den Ratschlag der Eltern und wie lange brauche ich diesen Ratschlag der Ahnen eigentlich und wann komme ich einfach in meine Kraft und entscheide für mich selber. Und deshalb empfehle ich Klienten, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kalbschneuzig, aber ich empfehle Klienten, bevor sie immer schauen, ich brauche eine Nachricht aus dem Jenseits, ich möchte wissen, ob es denen gut geht, setze ich eigentlich immer mehr dazu an, zu sagen, okay, wo hast du denn noch eine Verbindung zu dem Verstorbenen? Wo hast du vielleicht noch nicht ganz losgelassen? Und ehrlich gesagt liegt es meistens daran, dass da jemand einen Schmerz noch nicht verdaut hat oder das, was noch ganz frisch ist, wo sich die Leute nach dieser Kontaktaufnahme sehnen, geht es dem jetzt gut? Hat mir die Person verziehen? Ist diese Person da? Und das ist dann oft mal so dieser, ein bisschen so dieser Trost. Es gibt ja diese Aussage, man soll nicht Schlechtes über Verstorbene sagen und das finde ich auch völlig in Ordnung. Nur aus meiner Erfahrung ist es so, nur weil jemand tot ist, das heißt keinen Körper hat, ist er jetzt nicht auf einmal erleuchtet. Also das ist genau derselbe Weise oder derselbe Vollidiot, der diese Person zu Lebzeiten gewesen ist. Also da gibt es jetzt nicht der große Tata und jetzt ist alles anders, sondern das sind noch sehr, die stecken oft noch in diesen Themen mit drinnen. Also es ist jetzt nicht, dass jeder automatisch einen Flügel und einen heiligen Schein ausgeteilt kriegt, zumindest soweit ich das wahrnehmen kann, so auf der verstorbenen Ebene. Was jedoch möglich ist, ist natürlich das Positive von diesen verstorbenen Channelings, ist natürlich, dass man das Gefühl bekommt, es ist nichts wirklich verloren, es ist immer alles gegenwärtig. Und man hat auch mehr Kontakt zu Verstorbenen oder man zieht diese Frequenzen eher ins Leben, wo man eine liebevolle Beziehung hatte, also wo man im Herzen sich nahe war. Also es gibt vielleicht so eine Person oder zwei Personen, die dir besonders nahe sind und zu anderen hast du gar nicht so ein Herzensverhältnis. Und da fällt es einem dann leichter, wieder diese Energie wieder aufzurufen, diese Erinnerungen lebendig werden zu lassen und natürlich dann auch aus dieser Qualität Botschaften zu empfangen. Also das ist ja mal so ganz kurz umrissen etwas zu deinem Jenseits-Channelings und verstorbenen Channelings. Ich habe dir jetzt ein Foto versprochen von einem Geist und das blende ich jetzt mal ein. Und du siehst hier, ich zoome da mal rein, du siehst hier vielleicht etwas. Schaust dir mal an und was du davon hältst. Ich habe das Foto von einem lieben Klienten bekommen, eigentlich nur Familie, die sehr bodenständig sind, also gar nichts mit Esoterik zu tun haben und die gesagt haben, okay, sie sehen da eindeutig ein Gesicht, da ist irgendetwas los, haben wir da womöglich einen Spuk in der Wohnung. Aber das sind sehr nüchterne Leute, möchte man sagen. Das heißt, das sind jetzt nicht so die, die groß hysterischen Esoterik-Anhänger, die da gleich losrennen würden und sagen, oh Gott, oh Gott, der Geist ist da, sondern das sind ganz, ganz bodenständige Leute. Und das, was sich auf diesem Foto, und ich wurde dann, die waren dann da und ich wurde da auch gefragt, also dass ich da mal reinschaue und ob da denn ein Geist sei oder was da los sei. Und das, was sich da manifestiert, und man merkt, dass da eine Energie am Werken ist, das, was sich da manifestiert hat auf diesem Foto, ist jetzt nicht etwa ein Verstorbener. Und da sind wir wieder bei dem Glaubenssystem. Das heißt, was habe ich für eine Vorstellung? Ich sehe etwas und sage dann gleich, ja, das muss ein Geist sein, das muss ein Verstorbener sein. Das kommt dann aus meiner, aus meinem Gedankengut, aus meiner, aus meinem Denken her. Und das muss aber dann gar nicht stimmen. In diesem Fall hat dieses Phänomen sehr wohl mit Energie zu tun und einer Energie, die wahrgenommen werden wollte. Und zwar ging es da einfach um Emotionen im Familiensystem, gewisse Ängste, gewisse Trauer, die da nicht angesprochen wurden. Und über dieses Bild wurde da einfach ein Bewusstsein geschaffen, hat sich diese Energie manifestiert, die sagte, ich möchte angeschaut werden. Und das ist ganz oft das Phänomen von so unter Anführungszeichen Spuk-Phänomenen, dass es eine Energie gibt, die da wirkt, die da angeschaut werden möchte. Was aber nicht heißt, dass es dann ein Geist ist, sondern nur einfach, dass das eine energetische Wirklichkeit ist, die sich dann auf unterschiedliche Arten manifestiert. Und du siehst ja auf diesem Bild, das sieht aus wie ein Spuk, das sieht aus wie ein Geist. Aber letzten Endes war das kein Verstorbener, sondern das war eine Energieansammlung aus diesem Familiensystem und hat sich dadurch auch gelöst. Ja, also mit diesem Bild, mit diesem Eindruck jetzt aus dem Jenseits oder mit der Bild gewordenen Welt der Energie möchte ich mich heute von dir verabschieden. Grundsätzlich habe keine Angst, es ist alles unter Anführungszeichen nur Energie. Es ist vielleicht manches Mal komisch, aber du bist behütet und in Sicherheit. Und wenn du mal selber dir was anschauen möchtest auf der energetischen Ebene, auf der astrologischen Ebene, dann mach dir einfach mal einen Termin mit mir aus. Ich bin Oliver Erini, medialer Energetiker, freue mich auf einen Daumen hoch, abonnier den Kanal, teile dieses Video, und wenn du ein Thema hast oder etwas noch wissen willst mehr darüber, dann bitte einfach schreib es in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Alles Liebe und bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Tschüss.